Dieter Krebs war ein deutscher Schauspieler, Kabarettist und Komiker. Leben und beruflicher Werdegang Jugend und erste Erfolge Dieter Krebs wurde als Sohn des Schreibwarenhändlers Herbert Krebs und dessen Frau Ingeborg, Geb. Kenter, in Essen geboren. Während seiner Schulzeit am Essener Humboldt-Gymnasium sammelte er erste Theatererfahrungen. Krebs absolvierte eine Schauspielausbildung an der Volkwanghochschule in Essenwerden. Sein erstes Engagement hatte er am Theater in Oberhausen. Kleinere Filmrollen folgten. Hierunter war bemerkenswert vor allem sein Auftritt in Zoff, neben später so bekannten Schauspielern wie Jürgen Prochnow und Klaus Theo Gärtner. Aufmerksamkeit erlangte Krebs ab 1973 in Wolfgang Menges Fernsehserie Ein Herz und eine Seele durch seine Rolle als schnoddriger, Sozi, Schwiegersohn, Michael Graf, von, Alfred Tetzlaff. Seine damalige Freundin Hildegard Krekel spielte seine Ehefrau und hatte ihn zu dieser Rolle gebracht. Wegen Unstimmigkeiten mit dem produzierenden WDR stieg er gemeinsam mit Ekel Alfred Gattin Elisabeth Wiedemann 1974 aus der Serie aus, woraufhin die Produktion der zweiten Staffel der Serie nach nur vier Folgesendungen wegen zu niedriger Einschaltquoten eingestellt wurde. In der Folgezeit war Krebs in zahlreichen Rollen auf dem Bildschirm präsent, sowohl in leichten Unterhaltungsserien als auch in anspruchsvollen Fernsehspielen. 1975 holte ihn Peter Zadek neben Heinz Bennet, Hannelore Hooger und Hermann Lause für Eiszeit vor die Fernsehkamera. 1980 spielte er neben Eberhard Feig eine Hauptrolle in die Judenbusch nach der Erzählung von Annette von Droste-Hülshoff. Der Krimi-Darsteller 1978 wechselte der Schauspieler ins Krimi-Ressort. Acht Jahre lang gab er neben Werner Kreindl und Bernd Herzsprung den stets mürrischen Kriminalobermeister, Dieter Herle, in der Serie Soko 5113. Ein Auftritt als Tatortkommissar 1979 blieb bei einer Episode. Nur einmal verkörperte Dieter Krebs in der Folge alles umsonst unter der Regie von Hartmut Griesmeier den Ermittlernagel. Als Gaststar war er jedoch häufiger im Tatort zu sehen, später auch im Polizeiruf 110 und in der Alte. Der Komiker und Kabarettist erfolgreicher agierte Krebs als Kabarettist und als Komiker. 1981 gehörte er neben Beatrice Richter und Klaus Havenstein zur Stammbesetzung von Rudis Tagesschau von und mit Rudi Carell. Die Persiflage auf die Tagesschau mit vielen politischen Anspielungen erzeugte mehrfach Kontroversen. Auch diese Serie verließ Krebs wegen Unstimmigkeiten mit dem produzierenden Sender. Kultstatus erlangte er mit der von 1984 bis 1986 produzierten Comedy-Serie SketchUp. Zunächst mit Beatrice Richter, später mit Iris Berben als Partnerin überzeugte der Schauspieler als wandlungsfähiger Komödiant in wechselnden Rollen und Kostümierungen. Auch im Ausland, etwa in Belgien, war SketchUp sehr populär. 1990 startete seine Sketchshow voll daneben, Gigs mit Dieter Krebs. Mit Serien wie Knastmusik und lauter nette Nachbarn festigte Krebs seinen Ruf als Komödiant. Der Schauspieler, Sänger und Moderator In den folgenden Jahren pendelte Dieter Krebs nahezu nahtlos zwischen Klamotte und Qualität. 1986 hatte er einen Kurzauftritt als Friseur, Hubsi, in Helmut Dietels Erfolgsmärteiler K.R. Royale. 1992 übernahm er eine Rolle in der Katastrophenfilmsatire Möbius von Matti Geschoneck. Dazwischen agierte er 1991 in einer Nebenrolle als Fanfara, Harry, in der Wendekomödie Go Trabi Go von Peter Timm. Im selben Jahr stürmte er als Sänger die deutschen Charts. Als einfältiger Öko-Freak Martin im selbstgestrickten Rentierpullover mit Zottelhaar wurde er für einige Zeit zur Kultfigur und verkörperte diesen Charakter auch weiterhin bei Bühnenauftritten. Er belegte zusammen mit Gundula mit Ich bin der Martin, ne im Jahre 1991 Platz 3 der deutschen Hitparade, der Nachfolgetitel Santa Macua Ritano Bile di Montepulciano – Du kleines Fischerdorf erreichte immerhin noch Platz 23. Krebs trat auch als Moderator auf und moderierte U. A. seit 1996 die Silvestergala des MDR und 1990